Oh, nix. Ja. Hallo, Amanda. Schön, dich wiederzusehen, Amanda. Und tschüss. So. So einfach geht das. War das etwas schon alles? Oh, ich hab kein einsatzbereites Pokémon mehr übrig. Ach, Blitzmärker. So, ich will jetzt in diesen Grasbüschel und will da gucken, was ich da so fange. Hallo, ich werde einmal der weltbesten Pokémon-Trainer. Ich will der Allerbeste sein, die keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Da, 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 da. Alter! Erschreck mich doch nicht so. Alter! Oh! Haha, du triffst mich nicht, weil ich ein höheres Level habe. Trotzdem war ich ein ungutes Gefühl. Töte es besser schnell. Danke. Embi reich, Level 13. Gut. Alter, Verwalter. Mein Sandern wurde besiegt? Ja. Weil ich dich die ganze Zeit nur auf Geofrisur verlassen hast. So, was hast du? Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihrem Korn zu fliegen. Ach, du. Zu pflegen, nicht zu fliegen. Käfersammler. Klare Sache. Hast du einen Safgorn? Einen Kokoda? Ne, einen Biber. Das könnte Giftstachel. Ja, weiß ich schon, welches Pokémon ich hier jetzt einsetze. Jetzt will ich jetzt doch bestimmt Giftstachel einsetzen. Oder Duonadel. Oder Energiefokus. Ja, oder das. Hohe, Attacke. Na, fast. Ha, 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 ha. Tot. So. Embi erreicht Level 14. Schon. Wow. Noch ein Biber. Nein, ich werde nicht wechseln. Ich bin auch nicht lebensmüde. Ja, mach ruhig deinen Furien-Schlaf. Der macht eh nicht viel Schaden, selbst wenn du fünfmal treffen solltest. Was? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Was? Das war nichts als reine Zeitverschwendung. Ja, für dich. So. So. So, Pokémon. Die Estil gibt Radfatz 15%, Habitak 1%, Nidoran 5%, also Nidoran weiblich 25%, Nidoran männlich 35%, Radikal 4%, Ivitak 1%, Nidorina 5%, Nidorino 5%, auch 5%. Und, 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 Nidoran weiblich. Von mir aus. Schlaf, oder? Schon wieder aufgewacht. Aha. So, geht doch. Wieso ist das schon wieder aufgewacht? Los. Geht doch. Vielleicht soll ich auch mal andere Bälle kaufen. Reicht das? Ja. So, wie nenne ich es? So, da gehe ich wieder. Ach, komm. Das ist ein komischer Dings. Tut nicht weh, sondern ist ein weh. Okay, jetzt ziehe ich meinen Dings. Friedrich nehmen wir nicht. Connor nehmen wir auch nicht. Das ist auch ein Männername. Nein, sehen. Harry und Harald und Harald passen auch nicht. Ach, komm schon, hier habe ich doch bestimmt irgendwelche weiblichen Namen noch. Jetzt packe ich die mir einfach zu. Ja, ich nenne es Steak. Steak. Ja. Ach, Mensch. Irgendwas Neues wäre schön. Eigentlich müsste ich gar nicht ins Bookmon Center, aber weil ich ne Pussy bin, mache ich es trotzdem. Nein, nicht in die Arena. Da waren wir schon. Ich wollte nur bei Misty vorbeigehen und sagen, hey, 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 guck mal, ich habe den Ohr und Ohr so rein. Jetzt seht ihr, was hast du? Sieh es, Phyllis? Da, 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 da. Gut. Das war das. Ja. Ja. Noch ein weibliches Nidoran. Das hätten wir nicht schon genug Nidorans. Ach ja, Pokébälle wollte ich ja auch noch gucken, ob die da jetzt irgendwelche neu im Angebot sind. Ah, Facialpalmieren. Hallo. Kaufen. Ah. Ihr habt schon mal keine Superbälle. Gehen wir mal in Orania City gucken. Nein, nicht Item, sondern... Genau. So, wo ist das... Fahrrad? Fahrrad da unten. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Gucken wir mal in Orania City, ob wir jetzt nach dem Ohr jetzt irgendwas... mit, ja, Superbälle, ob es da Superbälle gibt. Gehen wir hier einfach durchs Gras. Richtig Badass. knows? So. Na, komm. Da, da rein. Solche, ich mit dem Fahrrad reingefahren. Nein. Nein. Dann kaufen wir ein paar normale Puckwelle. So, nur ein Stück. Ja. Äh, und Schutz wollt ihr auch noch kaufen. Aus Gründen. Das werdet ihr nachher sehen. So. Ach, wie das hier auch so schön mit dem Fahrrad geregelt ist, dass man das immer wieder im Menü wieder aussuchen muss. Das ist so spaßig, das Aussuchen. So spaßig wie ein Zahnarztbesuch. Also, gar nicht. Ja, jetzt habe ich mich irgendwie an... Ach, egal. So. Hier oben gucken. Was gibt's denn hier unten? Ein Trainer. Mehr auch nicht. Okay. Haha, wie wär's mit deinem Kampf? Geht klar, Alter. Geht klar. Du hast bestimmt Macholo. Und Ohnix. Nein, Kleinstein. Und Macholo. Oh, ich hab Karas noch ganz vorne. Hups. Das war so nicht geplant. Ja, mach ruhig, dein Tackle. Mach ruhig. Krankenhieb und du bist tot. Ja. Hab ich doch gesagt. Amanda erreicht Level 29. Auf welchen Level entwickelt sich Bisa Floor? Ich hab grad keine Ahnung. 32. Schätze ich. Ist ja immer irgendwie ein 30er Bereich. Entweder 32, 34 oder 36. Aber man weiß... Ich weiß nie wirklich... Welcher... Welches Level zu welchem Pokémon gehört. Da, da. Hallo? Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Ich wette, ich hab's doch. Mal sehen. Und Raubi. Auch wie süß. Oh, Level 20. Soll ich's riskieren? Es kann zumindest keine Gift-Attacke. Ich riskiere's mal. Take her. Zieht auch nicht besonders viel ab. Fahdenschuss. Ja. Hm. Von mir aus. Es wird noch nicht reichen. Ne. Kratzer. Zack. Oh yeah. Dein erster Kampf. Ohne Unterstützung. Hau in you. Das schicke ich besser das mit in den Kampf. Und ja. Horn-Attacke. Und wow. Wuhu. Level 29. Me gusta. Ja, ich wechsle auf. Kann Blutzuck auch Giftpuder lernen? Dann bleibe ich besser erstmal bei Desmond. Ich bin mir gerade nicht sicher. Möglich ist es. Ich glaube, es hatte Gift als zweiten Typ. Naja. Meine Käfer-Pokémon. Ich bin tot. Hallo. Ich gehe durch den Felstonen nach Lavandir. Das habe ich auch vor. Nach dem Kampf. Versteht sich. Pfadfinder. Ratzfatz. Irgendwie ist es schon traurig, dass es ein Neidenspinn bei einem Ratzfatz hat, aber... Ach. Überzahn. Das könnte ein bisschen wehtun. Na gut, Volltreffer. Ohne den Volltreffer hat es nicht so wehgetan. Er hat es nicht Aua-Aua gemacht. So. Einfach. Geht das. Level 15 Silberblick. Ja. Mach Heuler weg von mir aus. Auch wenn beide Attacken nichts bringen. Zumindest nicht für uns. Dick da. Es wird wohl neben Schaufler nichts können. Deswegen... Ist, glaube ich, DJ da eine gute Wahl. Da. Da. Level 26. Rettan. Da ist Desmond wieder eine gute Wahl. Dä. Hoher Attacke. Ach, schade. Ja, Gifstachel darfst du ruhig machen. Das macht mir gar nichts aus, Kollege. Was kommt jetzt? Sandern. Nö. Ich bleib bei Desmond. Desmond macht nen guten Job. Schlitzer. Aber ich geh mal besser Richtung Pokémon Center. Also, am Ende der Route ist ja auch ein Pokémon Center. Mit dir hab ich mich übernommen. Ja, da hast du recht. So, schleiche ich mich erstmal an dem vorbei. An der kann ich mich nicht... Doch, vorbeischleichen. Ja, nicht durchs hohe Gras. Und hier ist Pokémon Center. Dann heil ich mich hier erstmal. Mache dann gleich noch die restlichen Pokémon auf der... Äh, die restlichen Pokémon. Die restlichen Trainer auf der Route. ... Bis zum nächsten Mal.